Die Musical-Gruppe Verändert der Evangelischen Jugend Ehringshausen-Dinheim präsentiert am 5. Jugendkirchentag Good Days and Nights in Mainz Was verändert die Welt? Ein Konfirmanden-Musical Charlotte? Charlie! Charlotte, die aber lieber Charlie genannt werden möchte, hätte nie gedacht, dass der Besuch im Konfirmanden-Unterricht ihr Leben komplett auf den Kopf stellen könnte. Bis Pfarrerin Töpfer Charlies Gruppe eines Tages mit einem Projekt konfrontiert. Überleben wir etwas, das unsere Welt verändert und setzt es in die Tat? Während manche das Ganze ihr auf die leichte Schulter nehmen oder sich einen Spaß daraus machen, verändert Charlies Idee ihr gesamtes Leben. Aber ganz anders, als sie es sich vorgestellt hatte. Ich kann es nicht unterstehen, das kannst du einfach nicht machen. Ich wollte dir helfen, das ist alles im Eimer. Oh lecker, wie lange habe ich keinen Kuchen mehr gegessen. Ey, wie Joes, du weißt doch noch, du bist jetzt dran, die Sachen bitte weitergehen. Du glaubst, ich nenne das Ernste. Genau, scheiße. Du glaubst, dass das irgendeine Ernste ist. Aber dass dich hier jemand Ernst nimmt. Die Hoffnung stimmt zuletzt, oder was soll das sein? Was ist denn los mit dir? Lass mich. Lillie, man muss doch bitte jetzt machen. Lillie! Tausendmal gegeben und dabei doch nur verloren. Tausendmal gewärmt und doch selber nur gefroren. Tausendmal. Was verändert die Welt? Ein Musical mitten aus dem Leben. Bei deinem Alltagsmarathon läuft dein Leben dir davon. Was verändert die Welt? Ein Musical mit ganz schön schrägen Typen. Ohne uns geht es nicht. Was wir sagen, wird gemacht. Und kapierst du das nicht, dann wird es wirklich nackt. Ohne uns geht es nicht. Was wir sagen, wird gemacht. Und kapierst du das nicht, willst du sehen? Wer selbst erlacht? Was verändert die Welt? Ein Musical, das unter die Haut geht. Irgendwann bin ich da. Wohl endgültig ganz weg. Ich bin. Was verändert die Welt? Ein Musical, das die Welt verändert. Bist du bereit? Das verändert die Welt. Wir können dir helfen, das zu bewegen. Wir bringen dir etwas ins Wort, das so wichtig ist. Das gibt's als Prozent, für das es sich lohnt, nicht aufzugehen. Sei selbst dabei, bei den Good Days and Nights. Am Samstag, dem 5. Juni, um 13.45 Uhr, im Kurfürstlichen Schloss im Großen Saal. Erreichbar über die Buslinien 6, 6a, 9, 28, 54-57, 68, 70, 91 und 99, Haltestelle Landtag. Was verändert die Welt? Ein Konfirmanden-Musical. Wer ist letzter Nacht? Wer ist letzter Nacht? Also, wir sehen uns положan. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.